Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Macken von eurer Felge als Beispiel herausbekommen könnt. Das gilt für alle lackierten Oberflächen, die glatt sein sollen. Wie ihr hier seht, haben wir bedeutend viele Kontakten, Fremdkontakte mit einem Bordstein erfahren müssen. Deshalb werden wir hier ein wenig reparierend eingreifen müssen. Oh ja, dafür brauchen wir eine Schlichtpfeile bei sehr tiefen Sachen, denn das Problem ist, wenn ihr tiefe Risse habt und diese sich weiter in das Material eingraben, dann könnte im schlimmsten Fall eure komplette Aluminiumfelge brechen. Das heißt also, ihr solltet schon sicher sein, dass es keine weiteren Risse in der Aluminiumfelge selber gibt. Das kriegt man entweder raus, indem man Ultraschall benutzt oder röntgen. Oder ihr schaut euch an, ist wirklich nur der Defekt oberflächlich, sprich im Klarlack nur oder danach im Basislack und geht ein bisschen in den Primer dann rein. Und wenn er minimal in das Aluminium reingeht, dann sollte es auch noch okay sein. So, das heißt also, wir fangen an, wenn die Beschädigung tiefer ist als die oberen zweiten Deckschichten, dann solltet ihr eine Schlichtpfeile nehmen und diese Kanten, die dann dort entstanden sind, schön säubern und abspachteln oder abschmürgeln. Denn wenn ihr Kanten und Rötzeln habt, kommt es später zu Verletzungen oder zu zerrissenen Sandpapieren. Das wollen wir vermeiden. Also schön plan schleifen und dann, da nehmen wir uns das altbewährte 180er Sandpapier und damit gehen wir erstmal über die schlimmsten, über die schlimmsten Beschädigungen drüber. Also wir reden jetzt wirklich momentan über die Ausbesserung von sehr starken Macken, die wirklich durch die Deckschichten gegangen sind. So, 180er, schön schleifen. Ihr müsst in dem Fall, wenn es nicht so ganz viele gibt, müsst ihr nicht auf Nasspapier gehen, sondern könnt ganz einfach eine Runde rumschleifen, weil 180er Schleifpapier nimmt viel Material in kürzester Zeit weg. Hier seht ihr das nämlich, da ist die Beschädigung. Jetzt nehme ich das 180er Schleifpapier, gehe ein paar Züge drüber und ihr seht schon, der Klarlack ist weg. Jetzt kommen wir schon in den Basislack und wenn wir noch ein bisschen weiter schleifen, sehen wir schon, dass wir dort in den Primer kommen. Der Primer ist auch schon fast weg und wir sehen da unten, wo die Beschädigungen sind, sind wir schon im Aluminium selber. Diese drei Schichten könnt ihr hier sehr gut sehen. Den Klarlack selber seht ihr, könnt ihr spüren, wenn er so, wenn er dann angeschliffen ist, dann seht ihr den auch. Der ist dann so etwas milchig und den Basislack, klar, das ist ja der farbliche Lack, den seht ihr auch und am Schluss seht ihr halt dann den Primer, der hat so eine milchige Grundsubstanz da und das Aluminium selber ist einfach metallisch glänzend danach. Wenn wir jetzt mit dem 180er Schleifpapier eine recht gerade Kante oder geschwungene Kante wieder hinbekommen haben, dann sieht es schon mal viel besser aus als wie vorher. Hier sieht man das sehr gut, die verschiedenen Schichten, da sieht man es ganz klasse. Da seht ihr nämlich wirklich die äußere Schicht, die mittlere Schicht, die untere Schicht und um jetzt dann weiterzumachen, sollte man auf Nasspapier gehen. Das heißt also 800er Körnung nehmen. 800er Körnung und diese 800er Körnung nehmen wir dann und werden diese natürlich auch in Wasser einlegen und dann müssen wir die besagte Stelle, wo der Schaden ist oder war, aber er ist ja immer noch da, weil es ist ja noch nicht wieder eingefüllt, müssen wir diese besagte Stelle schön säuberlich abschleifen, weil wir müssen die Stelle, die ja defekt war oder ist, müssen wir jetzt ausbessern. Das heißt, wir müssen auch den Grundhalt für den Lack, der das dann alles versiegeln wird, später finden oder bringen. Das heißt also großräumig darum anschmirgeln mit 800er Papier. So, das sieht man sehr gut, angeschmirgelt ist jetzt und wir haben eine stumpfe Oberfläche und dort sehen wir auch die verschiedenen Etagen der Lackschichten nochmal aufgelistet. Danach eventuell Aluspachtel drauf, dann Füller, dann Basislack und zum Schluss dann noch den Klarlack oben drauf und dann ist alles wieder schön. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sunsun!